Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, sind 54 Prozent der Landesfläche Deutschlands zu einem Teilgebiet geworden. Auch Sie leben in einem Teilgebiet, aber was bedeutet das für Sie? Im Folgenden erklären wir Ihnen, warum Ihre Region ein Teilgebiet geworden ist. Die BGE sucht ein Endlager in tiefem Untergrund. Dort sollen die gesamten hochradioaktiven Abfälle Deutschlands dauerhaft und sicher lagern. Mindestens für eine Million Jahre sollen die Abfälle von Mensch und Umwelt abgeschlossen sein. Dafür sind wir als Gesellschaft gemeinsam verantwortlich. Deutschland sucht ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Auf der Weißen Landkarte wurden 90 Teilgebiete identifiziert, die näher untersucht werden sollen. Diese wurden in drei Schritten ermittelt. Erstens Ausschlusskriterien. Nur solche Gebiete werden weiter untersucht, die nicht aus einem der sechs im Standortauswahlgesetz benannten Gründe ausgeschlossen werden. Darunter fallen zum Beispiel seismische Aktivitäten und Vulkanismus. Zweitens Mindestanforderungen. In Frage kommen nur Regionen, in welchen eines der drei Wirtsgesteine, Tongestein, Steinsalz oder kristallines Wirtsgestein vorhanden ist. Außerdem müssen die Gebiete weitere Anforderungen erfüllen, zum Beispiel einen Mindestabstand zur Erdoberfläche sowie eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Drittens Geowissenschaftliche Abwägungskriterien. Alle identifizierten Gebiete werden Gegenstand einer geowissenschaftlichen Abwägung. Gebiete, die günstige geologische Voraussetzungen für die Endlagerung erwarten lassen, sind im Zwischenbericht Teilgebiete veröffentlicht worden. Hier stellen wir Ihnen das Teilgebiet 055-00 vor. Es befindet sich in der Salzstruktur Jahrstedt. Das Teilgebiet befindet sich im Nordwesten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, etwa zwei Kilometer östlich der Grenze zum benachbarten Bundesland Niedersachsen. Die Salzstöcke in der Altmark sind schon länger in der Diskussion. Vor Ort gibt es Befürchtungen, dass diese Region besonders im Fokus stehen könnte. Doch ob der Salzstock Jahrstedt tatsächlich für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle geeignet sein könnte, wird sich erst in der Betrachtung der 90 Teilgebiete in Deutschland zeigen. Das Teilgebiet besteht aus Gesteinsformationen mit dem Würzgestein Steinsalz in steiler Lagerung. Das Würzgestein Steinsalz besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Es kann Risse im Gestein unter hohem Druck heilen, sie also selbst wieder verschließen. Steinsalz ist nahezu undurchlässig und hat eine hohe Eigenstabilität. Weniger gut ist die hohe Wasserlöslichkeit von Steinsalz und das geringe Rückhaltevermögen gegenüber Radionukliden. Innerhalb des norddeutschen Beckens existieren mehr als 400 Salzstöcke. Die Salzstruktur Jahrstedt ist eine davon. Sie besteht unter anderem aus Steinsalz. Es ist vor rund 255 Millionen Jahren durch Verdunstung aus einem flachen Meer entstanden. Das Meer wird als Zechsteinmeer bezeichnet. Im Laufe der weiteren geologischen Entwicklung ist das Steinsalz entlang von Schwächezonen aufgestiegen und hat sich zu steil stehenden Salzstöcken geformt. Zur Ermittlung der Teilgebiete wurden zunächst die Ausschlusskriterien angewendet. Um die Salzstruktur Jahrstedt sind Gebiete durch die Ausschlusskriterien aktive Störungszonen, Bohrungen und Bergwerke ausgeschlossen worden. Zum Ausschluss genügt das Zutreffen eines Ausschlusskriteriums. Zu den aktiven Störungszonen zählen auch sogenannte Scheitelstörungen. Das sind Störungen, die durch den Aufstieg des Salzes gebildet wurden und sich oberhalb des Salzstocks befinden. Diese für Salzstöcke spezifischen Störungen führen nicht zu einem Ausschluss. Im nächsten Schritt wurden die Mindestanforderungen auf die verbliebenen Gebiete angewendet. Alle müssen erfüllt werden. Die Bearbeitung erfolgte mithilfe von 3D-Modellen des Untergrundes für den gesamten Zechstein. Die Mindestanforderungen gelten alle als erfüllt. Das Gebiet hat eine Fläche von 9 Quadratkilometern und ist maximal 990 Meter mächtig. Die Tiefe liegt zwischen 510 und 1500 Metern unterhalb der Geländeoberfläche. Aufgrund der Zusammensetzung der Zechstein-Formation sind ausreichend große Bereiche für die Entlagerung hochradioaktiver Abfälle mit einer sehr geringen Gebirgsdurchlässigkeit zu erwarten. Mit den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien wird bewertet, ob eine günstige geologische Gesamtsituation vorliegt. Mithilfe von 11 Abwägungskriterien wurde jedes Gebiet bewertet. Zur Bewertung von 8 dieser Kriterien wurden Referenzdatensätze herangezogen. Das sind Literaturwerte bekannter Eigenschaften des Steinsalzes. Es werden günstige Werte angenommen, bis entsprechende gebietsspezifische Daten vorliegen. Das verhindert, möglicherweise geeignete Gebiete schlechter zu bewerten, als sie es tatsächlich sind. Kriterium 1 bewertet den Transport radioaktiver Stoffe durch Grundwasserbewegungen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das ist der Bereich im Gestein, in dem die hochradioaktiven Abfälle eingelagert werden könnten. Der Transport soll so gering wie möglich sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 4 bewertet die langfristige Stabilität. Die günstigen Verhältnisse sollen sich über einen möglichst langen Zeitraum nicht ändern. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 5 bewertet die günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 6 bewertet die Neigung zur Bildung von Fluidwirksamkeiten. Das Gestein soll möglichst wenig Klüfte oder Risse aufweisen, damit sich radioaktive Stoffe möglichst nicht aus dem Endlager herausbewegen können. Die Neigung soll möglichst gering ausfallen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 7 bewertet die Gasbildung im umgebenden Gestein. Die Gasbildung soll möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 8 bewertet die Temperaturverträglichkeit. Dabei sollen temperaturinduzierte Änderungen der Gesteinseigenschaften möglichst gering sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 9 bewertet das Rückhaltevermögen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das Rückhaltevermögen soll möglichst hoch sein. Die Bewertung ist nicht günstig. Kriterium 10 bewertet die hydrochemischen Verhältnisse. Die Zusammensetzung des Tiefenwassers soll sich nicht negativ auf die Rückhaltung der Radionuklide auswirken. Die Bewertung ist nicht günstig. Eine individuelle Bewertung für das Gebiet fand für drei Abwägungskriterien statt. Kriterium 2 bewertet die Konfiguration des Gesteinskörpers. Der Gesteinskörper soll dabei ein möglichst hohes Einschlussvermögen aufweisen. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 3 bewertet die räumliche Charakterisierbarkeit der geologischen Barrieren. Die Eigenschaften sollen möglichst zuverlässig ermittelbar und übertragbar sein. Die Bewertung ist günstig. Kriterium 11 bewertet den Schutz durch das Deckgebirge. Das Deckgebirge soll den einschlusswirksamen Gebirgsbereich möglichst lange schützen. Die Bewertung ist bedingt günstig. Unter dem Strich, insgesamt ist für das identifizierte Gebiet eine günstige geologische Gesamtsituation zu erwarten. Das Gebiet wurde deshalb als Teilgebiet ausgewiesen. Wie geht es weiter? Die Teilgebiete werden weiter untersucht und mit verschiedenen Methoden eingegrenzt. Die BGE macht dann einen Vorschlag für Standortregionen, die über Tage erkundet werden sollen. Die zuständige Behörde, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, prüft diesen Vorschlag. Nach Zustimmung des Bundesgesetzgebers finden über und in einer späteren Phase untertägige Erkundungen statt, damit der bestmögliche Standort bis 2031 feststeht. Die Öffentlichkeit begleitet den gesamten Prozess. Sie kann ihre Anliegen beispielsweise in der Fachkonferenz Teilgebiete vorbringen, die vom BASE organisiert wird. Dieser Prozess lebt vom Austausch, vom Dialog. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, diskutieren Sie mit uns. Wir freuen uns darauf. Wir versprechen Ihnen, keine Frage bleibt unbeantwortet. Und herzlich willkommen in der Online-Sprechstunde zum Teilgebiet 05500. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind und ich sehe, es werden auch schon fleißig Fragen und Kommentare in den Chat geschrieben. Das freut uns sehr. Wir haben jetzt eine kleine erste Einführung bekommen durch den Film und wollen den gleich noch ein bisschen gemeinsam vertiefen. Ich habe zwei Kollegen aus dem Bereich Standortauswahl dabei. Erstmal schönen guten Abend in die Runde. Hallo. Hallo. Und ja, bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich noch kurz vorstellen, wie Sie uns erreichen können und wie Sie teilhaben können an der Diskussion. Es gibt dazu insgesamt drei Möglichkeiten. Einmal können Sie den Chat benutzen, der in der Regel rechts von dem Videobildschirm zu sehen ist oder je nach Bildschirm auch direkt darunter und können dort Ihre Fragen oder Anmerkungen reinschreiben. Wenn Sie das nicht können oder wollen, Sie müssten sich dafür anmelden, können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse dialog.bge.de. Da haben wir eine wichtige Bitte. Wir haben mehrere Online-Sprechstunden gleichzeitig laufen und damit wir Ihre E-Mails richtig zuordnen können, wäre es total toll, wenn Sie in die Betreffzeile die Kennung des Teilgebietes reinschreiben könnten. Das ist in diesem Fall die 055-00. Dann können wir Ihre Frage oder Anmerkung entsprechend richtig zuordnen und die wird dann von der Regie auch in den Chat übertragen, sodass sie für alle auch sichtbar und nachvollziehbar ist. Und wenn Sie auch das nicht können oder wollen, können Sie uns auch anrufen. Die Telefonnummer dazu wird in den Chat eingestellt und gleich auch noch einmal eingeblendet. Also insgesamt drei Möglichkeiten, wie Sie uns erreichen können. Und ja, wir freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare und Anmerkungen. Bevor wir mit den Fragen einsteigen, können wir vielleicht das Video zur Vorstellung des Teilgebietes noch ein bisschen vertiefen und ein paar Details gemeinsam herausarbeiten und dann gehen wir sofort in die Diskussion. Jawohl, da steige ich mal ein. Also der Salzstorke Jahrstedt, der hier das Teilgebiet bildet, der liegt im Nordwesten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, circa zwei Kilometer östlich der Grenze zu Niedersachsen. Auf der anderen Seite in Niedersachsen ist das Wendland ungefähr, so mal zur Vorstellung. Ja, der Salzstock besteht größtenteils aus Steinsalz. Die meisten von uns kennen das als Speisesalz. Das ist das, was wir in unser Essen geben. Und ja, es ist entstanden aus der Verdunstung von Meerwasser, wie die Kollegin vorhin richtig gesagt hat. Da vielleicht ein kleiner, interessanter Fakt. Warum ist da so viel Meerwasser evaporiert? Der frühe ist, vor 260 bis 250 Millionen Jahren, da war das, was heute Sachsen-Anhalt ist, lag ungefähr auf einem Breitengrad wie Saudi-Arabien. Also wüstenendliches Klima und deswegen konnte er da so viel verdunsten. Ja, wie ist denn vorgegangen? Wir hatten erst eine weiße Landkarte natürlich, wie unser Auftrag ist. Und dann haben wir jetzt auf das Gebiet erst mal die Ausschlusskriterien angewandt. Von den sechs Ausschlusskriterien, das sind großräumige Vertikalbewegungen, aktive Störungszonen, bergbauliche Tätigkeit, seismische Aktivität, vulkanische Aktivität und Grundwasseralter. Es trifft eine einzige auf den Salzstock-Jahrstedt zu. Das ist eine Bohrung. Und die haben wir dann quasi da ausgeschnitten mit einem kleinen Puffer. Jawohl. Und dann sind wir weitergegangen zu den Mindestanforderungen, die der Salzstock-Jahrstedt eben alle erfüllen muss. Das ist erstens die geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Die ist schon mal gegeben durch das Steinsalz. Das hat eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit. Außerdem die Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereiche, also wo das Endlager reinkommen soll, die ist sehr hoch. 990 Meter. Das ist für den Salzstock jetzt auch nicht ungewöhnlich. Und die minimale Teufel, also es soll mindestens 300 Meter unterhalb der Geländeoberkante liegen und höchstens 1500 Meter. Das ist auch erfüllt mit der minimalen Teufel von 510 Metern bis 1500 Meter. Außen ist die Fläche des Salzstockes ausreichend mit 9 Quadratkilometern. Ja, und vom Erhalt der Barrierewirkung gehen wir auch aus. Also sind alle Mindestanforderungen erfüllt. Und damit ist der Salzstock-Jahrstedt erstmal ein identifiziertes Gebiet geworden. Dann haben wir uns die geologischen Abweckungskriterien angeguckt. Davon gibt es elf Stück, wie wir im Video gesehen haben. Acht davon waren günstig. Also es gibt elf Stück, acht davon waren günstig, eins bedingt günstig und zwei nicht günstig. Aber wenn man die Gesamtsituation eben anguckt und bewertet, ist der Salzstock-Jahrstedt insgesamt günstig zu bewerten. Ich würde dann gerne nochmal ergänzen dazu, wenn wir sagen, dass wir, wenn wir es so formulieren, dass wir davon ausgehen, dass etwas erfüllt ist, zum Beispiel jetzt an die entsprechende Durchlässigkeit oder die entsprechende Tiefenlage, das ist natürlich basierend auf den uns jetzt vorliegenden Daten. Die Vorgehensweise war jetzt so, dass wir eben, wie gesagt, mit der Weißen Landkarte angefangen haben, von allen geologischen Diensten entsprechende Daten abgefragt haben und dann, so wie das so ist, im Föderalismus auch sehr unterschiedliche Daten dann bekommen haben. Gerade in den östlichen Ländern ist eh nochmal eine etwas andere Bearbeitung gewesen in den letzten Jahrzehnten. Also so, dass wir insgesamt etwas heterogene Datensätze hatten, die wir dann entsprechend gesichtet haben und jetzt erst einmal wirklich relativ schematisch hier vorgegangen sind. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen das an, dass diese bestimmten Anforderungen erfüllt sind, das ist sozusagen eine Arbeitshypothese, die wir dann im Fortgang des Verfahrens weiterhin überprüfen. Also wir sagen, es ist nicht damit gemeint, wir sind uns nicht sicher, dass diese Anforderungen erfüllt sind. Aber wir haben im Moment keine Hinweise, dass sie nicht erfüllt sind, kann man so vielleicht andersherum formulieren. Und das ist genau dieses schrittweise Verfahren. Auch nochmal der Hinweis an der Stelle, dass es eben ein Zwischenbericht ist, den wir hier veröffentlicht haben. Also ein Zwischenstand in der Bearbeitung auf dem Weg hin zu dem Standortregionenbericht, der auch stark darüber motiviert war, jetzt hier frühzeitig eine Öffentlichkeitsbeteiligung auch zu motivieren, auch eine Diskussion, eine sehr frühzeitige Diskussion einzusteigen. Weil ansonsten könnte man natürlich auch sagen, ja, wieso stellt ihr das nicht einfach erst dann vor, wenn ihr die fertigen Ergebnisse habt? Aber genau das war ja genau nicht die Idee dahinter, sondern dass wir quasi mit einem Arbeitsstand jetzt in die Diskussion einsteigen. Und das jetzt vor zwei Wochen bei der Fachkonferenz in Kassel in der Informationsveranstaltung entsprechend vorgestellt haben. Und jetzt im nächsten Jahr bei drei Teilgebietskonferenzen dann entsprechend in die Beteiligung dann gehen. Okay, ja, zu den Referenzdatensätzen gab es auch eine Frage im Chat. Vielleicht haben wir die jetzt mit der Antwort schon beantwortet. Ich würde das nochmal zusammenfassen. Dort, wo wir gebietsspezifische Daten haben oder gehabt haben für alle entsprechenden identifizierten Gebiete, haben wir die verwendet. Dort, wo wir sie nicht überall hatten, haben wir Referenzdatensätze verwertet. Das sind diese Literaturwerte. Und im weiteren Verfahren werden wir die natürlich peu à peu in den nächsten Schritten jeweils durch gebietsspezifische Daten ersetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Nein, das ist ein kleines, feines Detail. Es ist schon so, denke ich, dass wir sind eben mit der weißen Landkarte gestartet. Das heißt, wir haben relativ, also es wäre jetzt erforderlich gewesen, dass wir Informationen zu bestimmten Kriterien, von den Abwägungskriterien, zu allen Seilstöcken entsprechend gebietsspezifisch haben. Es kann immer sein, dass wir zu einem einzelnen Seilstock vielleicht die Informationen vorliegen gehabt hätten. Das haben wir dann aber nicht so entsprechend berücksichtigt, sondern wir haben einfach jetzt erstmal gesagt, also es ist ein etwas gleichmacherischer Ansatz sozusagen gewählt, wo wir erstmal, wir haben immer häufig so diese Formulierung der Flughöhe gewählt. Also dass man in einer relativ hohen Flughöhe erstmal drüber geht und relativ pauschal das betrachtet. Und die drei Kriterien, die dann entsprechend gebietsspezifisch bewertet wurden, das ist vielleicht so andersherum formuliert, da waren wir uns sicher, das können wir überall tun. Also das, wo wir überall immer gleich gebietsspezifisch vorgehen konnten, da haben wir es getan. Und da, wo wir wussten oder davon ausgingen, das können wir, wenn dann nur bei einzelnen Seilstöcken tun oder bei einzelnen identifizierten Gebieten, dort haben wir dann gesagt, nee, da nehmen wir den Referenzdatensatz entsprechend. Was eine Vorgehensweise ist, die sich ergibt aus der Anlage 1, beziehungsweise Kriterium 1 zur Grundwasserströmung im Standortauswahlgesetz, entsprechend mit dem Verweis, also Arbeiten, Paragraf 13, Lungenvollen Teilgebieten, dann verweist dann auf den Paragrafen 24, Geowissenschaftliche Abwägungskriterien und da sind dann eben diese elf Anlagen. Und dort steht der Hinweis, dass wir, also der Formträger, solange keine Daten vorliegen, entsprechend typische Werte für das Wirtsgestein entsprechend annehmen dürfen. Und wir hätten ja auch im Umkehrschluss oder man hätte in der anderen Philosophie auch sagen können, okay, solange wir keine Informationen gebietspezifisch für ein Vorliegen haben, lassen wir dieses Kriterium unbearbeitet. Das stand uns aber nicht frei, sondern es war ganz klar der gesetzliche Auftrag, hier dann entsprechend mit Referenzdaten zu arbeiten. Okay, ich habe dazu auch eine konkrete Anfrage, die das nochmal beispielhaft, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Warum wurden im Kriterium 5 nicht schon Realdaten aus den vorliegenden Erkundungen durch Bohrungen berücksichtigt? Und ja, ich glaube, die Antwort haben wir gerade gehört. Ja, für dieses Gebiet hätten wir das tun können, aber nicht für alle anderen identifizierten Gebiete, die aus Salz sind und steil stehen. Und ja, das Verfahren gebietet halt, dass alle Standorte gleich und fair behandelt werden und dementsprechend dort die Daten... Es gebietet das ja nicht unbedingt, dass sie gleich behandelt werden, aber dass sie fair behandelt werden. Ich glaube, die Fairness ist wichtig, die Gleichbehandlung nicht zwingend. Das ist nicht immer, ich weiß, dass der Anspruch kommt häufig auf und es ist auch eine Wunschvorstellung, auch eine legitime Wunschvorstellung, zu sagen, man soll alles gleich behandeln. Dazu ist aber die Geologie und die Datenverfügbarkeit häufig zu heterogen. Also das ist so ein Ansatz, ich denke, am Ende des Tages ist es wirklich eine Fairness, dass man so eine Grundgerechtigkeit sozusagen sich darum bemüht, in so einem Vorgehen entsprechend walten zu lassen. Okay, damit haben wir hoffentlich die Referenzdatensätze zur allgemeinen Zufriedenheit erklärt. Wenn nicht, freuen wir uns über Nachfragen dazu im Chat oder über die anderen Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen und würden der Reihenfolge folgend oder so wie es inhaltlich passt, noch mal ein paar andere Themen aufgreifen. Vielleicht bleiben wir bei den geologischen Abwägungskriterien für den Moment. Da habe ich eine Frage im Chat. Wenn Kriterium 9 nicht günstig ist, wieso hier grün dargestellt? Weil es ein Fehler ist. Deswegen hatte ich gerade vorhin ein bisschen zur Seite geguckt. Also ich habe mal in den Steckbrief gerade geguckt. Es müsste grau sein. Nicht günstig ist dann, also in dem Steckbrief, der dann mit dazu veröffentlicht wurde, ist das Kriterium, welches war es nochmal? Kriterium 9. 9. 9 und 10 sind beide entsprechend als grau dargestellt. Die sind mit Referenzdatensätzen bewertet. Und hier war dann die Bewertung entsprechend nicht günstig. Genau. Das ist einfach, wenn ich dazu was sagen könnte, das sagt ja was zu dem ersten Rückhaltevermögen im Gebirgsbereich und die von Radionukliden. Und das ist bei Steinsalz im Allgemeinen nun mal nicht so gut, wie zum Beispiel bei Tongestein. Und auch die hydrochemischen Verhältnisse, also die Löslichkeit zum Beispiel von Steinsalz ist ja auch wesentlich höher jetzt als bei den anderen Würzgesteinen und damit eben nicht so günstig. Aber in der Gesamtbetrachtung ist, wenn man alles zusammen betrachtet, ist es eben trotzdem günstig, dieser Salzstock. Auch wenn einzelne Faktoren eben negativ sind. Das Perfekte gibt es einfach nicht. Gut, aber habe ich es jetzt falsch verstanden? Oder weil im Bericht ist es ja grau, das heißt, im Bericht ist es ja nicht falsch dargestellt, sondern korrekt, oder? Dann war es im Video. Ich tippe drauf, dass es im Video falsch war. Ja, im Video sind die alle einheitlich. Ich glaube, die haben im Video gar keine unterschiedlichen Farben. Ich glaube, im Video wird nur unterschieden zwischen den Referenzdaten, Kriterien, sage ich mal, und denen, die individuell bewertet worden sind. Insofern ist es vielleicht ein Fehler, dass das eine ähnliche Farbwahl ist. Aber im Video sind sie, wenn ich das richtig gesehen habe, in allen Videos immer uniform, alle gleichen Farben. Okay, aber dann haben wir das aufgeklärt und haben verstanden, worum es hier ging. Und dass es hier um ein Missverständnis, würde ich es mal bezeichnen, ging. Wir haben mehrere Fragen dazu, dass das Teilgebiet in einem Naturschutzgebiet liegt. Und zwar handelt es sich um ein Biosphärenreservat, Drömmling. Und hier steht auch, dass es einen Antrag auf UNESCO-Anerkennung des Biosphärenreservats gibt, der zurzeit bearbeitet wird. Und mit der Einerkennung wird 2021 gerechnet. Und jetzt schreibt eine Bürgerin aus Klötze, ein atomares Endlager ist mit diesen Schutzansprüchen nicht vereinbar. Warum wird dieser Standort aus diesem Grund für die weitere Standortwahl nicht ausgeschlossen? Da könnte ich was dazu sagen. In der jetzigen Phase wird es einfach gar nicht betrachtet. Wir betrachten bis jetzt nur rein das Geologische. Alles, was drüber ist, ob da jetzt das Oktoberfest drüber ist oder der Eiffelturm steht, das ist momentan bis jetzt einfach nicht wichtig. Das kommt in dem nächsten Schritt, zum Beispiel bei den Planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien. Genau, da kommt sowas dann zum Tragen. Aber grundsätzlich, wenn da jetzt ein Naturschutzgebiet ist oder wenn da jetzt Berlin drüber ist oder so, das ist grundsätzlich erst mal kein Ausschluss von dem Gebiet. Das wird auch im Fortgang nicht so sein. Das Entscheidende ist im Vergleich, also verschiedene Standorte, wenn jetzt einer von den Standorten eben nicht in einem Naturschutzgebiet liegt und genauso günstig ist wie einer, der in einem Naturschutzgebiet liegt, dann würde man das entsprechend gegebenenfalls berücksichtigen. Ansonsten ist es natürlich auch, es geht jetzt erst mal darum, hier ein Bergwerk aufzufahren. Das könnte man ja auch entsprechend so durchführen, dass es nicht im Widerspruch steht zu den Naturschutzaspekten. Also gegebenenfalls ließe sich ja auch beides miteinander vereinbar. Das wäre dann noch zu prüfen. Aber idealerweise ist es so, dass so der Standort am Ende natürlich, das ist ja auch ein Teil des Verfahrens, dass der dann irgendwie so positioniert ist, dass da eben keine entsprechenden Interessenskonflikte vorliegen. Wobei das Entscheidende ist tatsächlich dann die Sicherheit ja für den gesamten Zeitraum, den dieses Endlager sicher sein soll, eine Million Jahre. Aber die Sicherheit beginnt natürlich mit Tag 1, also dass es von Anfang an natürlich entsprechend sich eine maximale Sicherheit gewährleistend ist. Okay, ich habe noch eine andere Frage, die geht, ja, was die Antwort herangeht, vielleicht in die ähnliche Richtung. Die Giftgrube in Brüchau wurde noch nicht mal in Griff bekommen und jetzt soll der nächste Müll in Sachsen-Anhalt abgelagert werden. Ich glaube, da ist, ja, die Antwort auch, dass wir derzeit die Geologie betrachten und nicht die Geografie und nicht, ja, das politische Umfeld und das, was an der Tagesoberfläche ist, sondern im aktuellen Verfahrensschritt ging es erst mal darum, sich die Geologie anzugucken und Dinge wie, was es sonst noch in der Umgebung gibt, an Städten, an Naturschutzgebieten, an Industrie etc., das wird, wenn später im Verfahren betrachtet. Ich habe noch eine Frage zu den Fachkonferenzen Teilgebiete. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, um die einmal zu erklären. Wir machen hier ja Informationsveranstaltungen und versuchen im Rahmen des Möglichen in der aktuellen Zeit, sie zu erreichen und mit ihnen da draußen ins Gespräch zu kommen und sie zu informieren und Fragen zu beantworten. Und daneben gibt es aber noch eine förmliche Bürgerbeteiligung. Die wird nicht von uns organisiert, sondern von unserer Rechtsaufsicht, dem BASE. Und im ersten Schritt gibt es jetzt die sogenannte Fachkonferenz Teilgebiete, wo wir unsere Arbeit vorstellen werden und mit den TeilnehmerInnen dieser Fachkonferenz diskutieren werden und Fragen beantworten werden. Im Ergebnis dieser Fachkonferenz wird es ein Dokument geben mit einer Stellungnahme der Fachkonferenz und die wird dann von uns im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Frage, wann finden diese Fachkonferenzen statt? Das finden Sie auf der Webseite endlagersuche-info-plattform.de. Das ist ein Angebot des BASE. Und da finden Sie entsprechend die Termine dieser Veranstaltungen. Die Auftaktveranstaltung hat stattgefunden am 17. und 18. Oktober, also gerade vor ein paar Wochen. Das war, wie gesagt, die Auftaktveranstaltung. Und dann gibt es drei Termine im kommenden Jahr. Und zwar am 4. und 7. Februar. Dann mit ein bisschen Abstand am 15. und 18. April. Und dann noch einmal am 10. und 13. Juni. Wie gesagt, Informationen dazu gibt es auf der Webseite endlagersuche-info-plattform.de. Soviel vielleicht zur Fachkonferenz Teilgebiete. Ansonsten kann ich vielleicht noch berichten, im Rahmen der Auftaktveranstaltung wurden uns im Nachgang über 450 Beiträge übermittelt mit Kommentaren und vielen inhaltlichen Fragestellungen. und wir werden uns jetzt ja verstärkt, wenn diese Online-Sprechstunden abgeschlossen sind, am Ende dieser Woche uns darum kümmern, die alle zu beantworten und die Antworten dann auch auf unserer Webseite veröffentlichen. Und das Base wird das vermutlich auch tun, sodass dann alle, die daran teilgenommen haben, sich dort auch noch mal die Antworten auf ihre Fragen und Kommentare, die im Rahmen der Veranstaltung nicht geklärt werden konnten, im Nachgang durchlesen können und dann im Vorfeld natürlich auf der Basis im nächsten Jahr weiter diskutieren können auf den drei Terminen, die da noch vor uns liegen. So, wir gehen noch einmal in den Chat und gucken uns an, welche Fragen wir noch haben. Wir waren gerade ja schon ein Stück weit in der Zukunft. Da habe ich noch eine zukunftsorientierte Frage. Wenn Jahrstedt als Endlager genommen würde, wer kommt dafür aus, dass die Grundstücke, geschweige Häuser, an Verkaufswert verlieren? Wer möchte schon in ein Gebiet ziehen, wo hoch radioaktiver Müll liegt? Das sind Fragen, die in der Zukunft zu bewerten sind. Wir führen jetzt ja im Moment eine Standortsuche durch. Das heißt, bis 31, das ist der Wunschtermin des Gesetzgebers, soll entsprechend in diesem dreiphasigen Verfahren, wobei wir noch jetzt in der ersten Phase sind, den ersten Schritt abgeschlossen haben. Bis 2031 soll ein Standortvorschlag ermittelt werden. Inwieweit es dann auch zu Entschädigungen oder ähnlichen Maßnahmen kommt, das obliegt dann dem Bundestag und Bundesrat, das entsprechend, sich da entsprechende Positionierung zu entwickeln. Das ist jetzt nicht auf unserer Seite, sondern wir sind hier in erster Linie dafür da, eben entsprechend zu gucken, wo es in Deutschland der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für den Nachweiszeitraum zu erwarten. Und können wir schon was zu den sozioökonomischen Potenzialanalysen sagen? Die fallen ja so ein Stück weit in diese Richtung. Oder ist das noch ein bisschen Die fallen in diese Richtung, ja. Nee, bin ich nicht sprechfähig hier. Dazu muss ich ganz offen sagen. Okay, also ich kann auch nur dazu sagen, wir richten das Verfahren ja nach dem Standortauswahlgesetz. Wir denken uns das ja nicht aus und machen, was wir wollen, sondern es gibt da ein Gesetz, das sogenannte Standortauswahlgesetz und das schreibt sehr, sehr detailliert vor, wie dieses Verfahren abläuft. Es schreibt sehr detailliert vor, nach welchen Ausschlusskriterien Gebiete ausgeschlossen werden. Das haben wir gesehen. Welche Mindestanforderungen gelten müssen, damit ein identifiziertes oder damit ein Gebiet identifiziertes Gebiet und später Teilgebiet werden kann. Es beschreibt die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien im Detail. Es beschreibt auch detailliert, wie die Bürgerbeteiligung, die durch das BASO organisiert wird, stattfindet, welche Schritte und welche Formate es da gibt. Und es beschreibt natürlich auch das weitere Verfahren im Detail. Und dort ist unter anderem auch festgelegt, dass sozioökonomische Potenzialanalysen erarbeitet werden sollen. Und ein Teil der Bürgerbeteiligung ist auch, Konzepte zur Förderung der Regionalentwicklung zu entwickeln und zu bewerten und zu besprechen. Insofern ist das ein Thema, was im Gesetz schon berücksichtigt worden ist, wo man auch daran gedacht hat, als man dieses Gesetz geschrieben hat. Bloß sind wir im Verfahren natürlich noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass wir jetzt schon im Detail darüber sprechen könnten. Wir sind jetzt ja auch noch in der Situation, wo wir 90 Teilgebiete haben, die zum Teil sehr groß sind. Insgesamt 54 Prozent der Landesfläche. Und insofern sind wir ja noch, ja, wenn man sich den Zeitplan anguckt, über zehn Jahre davon entfernt, dass wir zu einem Endlagerstandort kommen können. Und insofern ist es ein Stück weit als Problem erkannt, aber natürlich noch nicht bearbeitet, weil es auch ein Stück weit noch Zukunftsmusik ist und noch viele Jahre in der Zukunft liegt. Aber es ist ein Thema, was der Gesetzgeber ja im Hinterkopf hatte und berücksichtigt hatte und was auch bei unseren anderen Standorten, den Projektstandorten Asse, Conrad Morsleben ja ein Thema ist. Und auch da hat man Lösungen gefunden, um ja Sorge vor dem, was da beschrieben wurde, zu begegnen oder in irgendeiner Form damit umzugehen. Insofern ja ein Zukunftsthema, was aber der Gesetzgeber schon auf dem Schirm hatte und auch berücksichtigt hat. So viel vielleicht dazu und wie das im Detail ablaufen wird, wird dann sicherlich die Zukunft zeigen. So, die Fragen haben wir schon. Ich gehe noch einmal in den Chat und gucke, was wir schon abgearbeitet haben und was Neues unten hinzugekommen ist. Wir sind auf jeden Fall ein sehr lebhafter Chat. Das freut uns total, dass wir so viel Aufmerksamkeit erfahren mit dem Thema und es so viele Fragen gibt. Und wir versuchen, so viele wie möglich heute Abend abzuarbeiten. Ich möchte gleichzeitig sagen, wenn uns das nicht gelingen sollte, weil es sind ziemlich viele, dann werden wir die noch offenen Fragen auf jeden Fall im Nachgang bearbeiten und dann unten in den Kommentar einstellen, sodass Sie im Nachgang dort die Antworten finden. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, weil wir, wie gesagt, derzeit jeden Tag sehr viele dieser Sprechstunden haben. Bitte haben Sie da ein bisschen Geduld und geben Sie uns ein bisschen Zeit und ja, wenn Fragen offen bleiben, werden die aber auf jeden Fall im Nachgang beantwortet, auch wenn es vielleicht ein, zwei Tage länger dauert. So, wir gehen wieder in die Fragen. Okay, wir haben hier noch eine Frage, die ist ziemlich, die ist ein bisschen speziell, geht schon ins Detail. Welche Gesetze neben Paragraf 21 Stand AG, also Standortauswahlgesetz, beziehen sich auf die Ausprägungen flüssigkeitshemmend mit beispielsweise Tonen ausreichender Stärke als Abschirmung von Flüssigkeiten im Deckgebirge oberhalb vom Salzgestein? Das hatte ich schon gesehen, dass diese Frage auch kam. Das ist das Kriterium 11. Das ist nicht, das ist grundwasserhemmend in der Formulierung dort. Grundwasserhemmend und Erosionshemmend. Darauf bezieht sich das. Und in der Anwendung, die wir durchgeführt haben, bei den Abwägungskriterien, war es dann so, dass wir gesagt haben, beim Quartier, wie gesagt, mit dieser relativ schematischen Vorgehensweise, jetzt in dem allerersten Schritt, beim Quartier gehen wir davon aus, zu den jüngsten Ablagerungen, den lockeren, sandigen, kiesigen, tonigen Ablagerungen im oberflächennahen Bereich, gehen wir davon aus, dass der grundsätzlich erstmal nicht grundwasserhemmend und grundsätzlich nicht Erosionshemmend ist. Bei den Schichten darunter, die etwas älter sind, wissen wir es nicht. Die könnten das sein, kann auch nicht sein. Und dann dementsprechend haben wir gesagt, okay, aber beim Quartier ist das nicht der Fall. Und deswegen haben wir dann die Quartierbasis entsprechend als Referenz genommen, dass wir geschaut haben, wie weit liegt dieser Seilstock, die Oberkante des Seilstocks entsprechend von der Geländeoberkante respektive von der Basis, von der Unterkante dieser Quartierenschichten entfernt. Und das war dann entsprechend diese Bewertung für das Grundwasserhemmen, weil die Idee dahinter ist einfach die, dass idealerweise solch ein Seilstock entsprechend mit hydraulisch dichten Material überlagert ist, dass eben klassischerweise mit Ton durchgängige, geschlossene, mächtige Tonformation darüber ansteht. Das wäre das perfekte Szenario. Okay, wir haben noch eine Frage zum Thema Naturschutzgebiet. Die haben wir schon beantwortet, hoffe ich. Wir haben noch mal eine Frage, die was mit den Referenzdatensätzen zu tun hat. Wenn die BGE etwas annimmt, sollte ein günstig durch unbewertet, in Klammern, mit Referenzdaten belegt aufgenommen werden, um die Abnehmer nicht zu täuschen und das To-Do zur Erkundung aufzuzeigen. Wollt ihr darauf nochmal eingehen? Ja, es ist ja sicherlich, wenn man jetzt nur auf die Ampel guckt, wenn ich nenne das jetzt mal so, dann könnte da andere entstehen, aber es ist ja doch recht umfänglich dokumentiert, was woher kommt, was jetzt wirklich aus der realen Bewertung der Daten kommt und was aus den Referenzdaten kommt. Wir hatten die entsprechenden Unterlagen zur, also die Arbeitshilfe für die geowissenschaftlichen Abwägungsdaten und auch eben diesen Referenzdatensatz ja bereits vor Veröffentlichung des Zwischenwurzelgebietes Anfang September veröffentlicht. Also das Enttäuschung sehe ich da jetzt nicht, aber ich gebe auch zu, das ist klar, es sind sehr, sehr umfangreiche Unterlagen, es sind teilweise etwas, auch ein bisschen der Komplexität des Gesetzes und auch der Komplexität der Geologie manchmal geschuldet, nicht ganz einfache Dokumente, wo wir uns natürlich jetzt auch bemühen, mit den Videos, mit den Sprechstunden entsprechend das jetzt im Nachhinein noch besser zu erklären und zu vermitteln. Also von daher, ich verstehe auch schon, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht alles so, versteht man jetzt nicht auf Anhieb alles. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Gut, also ich will nochmal sagen, die Kriterien sind nicht unbewertet, sondern sie sind am Ende mit Referenzdaten bewertet worden, insofern wäre unbewertet auch nicht ganz richtig. Ja, so viel vielleicht zu den Referenzdaten. Eine ganz einfache Frage, wie viele Standorte werden in Deutschland gesucht? Einer. Einer, beziehungsweise anderthalb, wenn man noch den Standort für die schwachen und mittelradioaktiven Abfälle entsprechend hinzuzieht, wo wir ja auch noch mitgucken sollen, was solch eine Entlagerungsmöglichkeit dort auch eventuell gegeben ist. aber das Primat ist auf dem Standort für die hochradioaktiven Abfälle. Das ist das Ziel und davon soll nur einer gefunden werden nach unserer Vorstellung. So soll es sein. Eine Frage, die wir, glaube ich, auch schon beantwortet haben. Inwiefern wird die negative Auswirkung auf eine ohnehin schon infrastrukturell schwache Region überprüft und bewertet? Das sind in der Tat wieder die sogenannten sozioökonomischen Potenzialanalyse, Das wäre dann exakt, glaube ich, später im Verfahren kommen. Das wäre genau das, glaube ich, was dann da das Thema ist. Richtig. Wir kommen nochmal zu den geologischen Abwägungskriterien. Gibt es zwischen den Kriterien eine Gewichtung oder werden alle Kriterien paritätisch behandelt? Derzeit gibt es keine Gewichtung und das ändert sich jetzt aber möglicherweise im nächsten Schritt. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man sagt, dass dann wirklich für jedes einzelne Untersuchungsraum, nennt sich das dann, entsprechend der jetzt in kraftgetretenen Verordnung, müssen wir dann prüfen, inwieweit für jedes einzelne Abwägungskriterien jeweils die Signifikanz zu bewerten ist. Für eine sicherheitsgerichtete Abwägung. Das ist ja auch ein bisschen das Stichwort sicherheitsgerichtete Abwägung, so ist die Formulierung im Gesetz. Eigentlich ist, wir haben es auch wirklich lang drüber nachgedacht, was ist damit jetzt genau gemeint. Das ist eigentlich wirklich nur die, dass es natürlich in der Abwägung ist, um die Sicherheit geht. Das ist aber eigentlich logisch für uns, weil das ist die Grundprämisse. Wir suchen halt den Standort mit der bestmöglichen Sicherheit. genau, aber jetzt halten wir keinerlei Gewichtung und im nächsten Schritt kann sich das ändern, aber das sind, also da sind wir ja gerade am Anfang. Deswegen können wir es noch nicht bewerten, was da jetzt, was da kommt und wie wir es machen werden. Ich denke, eine Sache ist schon klar, dass wir auf jeden Fall wieder diese Formate wählen werden, dass wir auch vorzeitig schon mal, bevor wir es gemacht haben, unsere Vorgehensweisen und Konzepte entsprechend auch online konsultieren, ähnliche Formate. Also das wäre jetzt schon so unser Ansatz, dass man das auch frühzeitig zur Diskussion stellt. Genau, wenn ich da nur einen Satz ergänzen könnte. Genau, es gibt keine Gewichtung zwischen den einzelnen Kriterien, aber in der Phase, die jetzt war, ist natürlich, wo man gebietsspezifische Daten gehabt hat, waren die natürlich schon eine besondere Rolle gehabt, jetzt zum Beispiel bei einer Abwägung zwischen einzelnen Gebieten. Das stimmt. Weil das eben die Daten waren, zwischen denen man unterscheiden konnte. Genau, das stimmt. Aber ich sehe auch keinen Widerspruch. Nein, ist auch nicht. Genau. Okay, ich habe eine Frage, die schaffen wir heute leider auf gar keinen Fall, nämlich interessant wäre, was machen andere Länder mit ihrem Atommüll? Das ist ja ein ganz großes Thema. Schaffen wir heute leider nicht, aber ich würde den Kollegen in der Regie bitten, vielleicht mal die Links rauszusuchen. Wir haben auf unserer Webseite einblicke.de ein paar Reportagen zur Endlagersuche in der Schweiz, die ganz interessant sind und auch zur Endlagersuche in Frankreich, Stichwort Bühr. Vielleicht können wir das einfach in den Chat einstellen, dann können Sie da selber ein bisschen weiterlesen, finden auch noch Links auf andere Quellen, wo man sich dazu noch weiter informieren kann. Vielleicht schlaglichtartig, nur ein Kommentar von meiner Seite aus dazu, die Vorgehensweise ist in allen Ländern recht ähnlich im Grunde genommen. Es geht immer um diese tiefen geologische Endlagerung. Also die Maxime ist sehr ähnlich und eigentlich auch die Würzgesteine findet man immer wieder. Es gibt teilweise auch andere Würzgesteine in anderen Ländern, aber typischerweise so wie bei uns Salz, Steinsalz, Tungestein und Kristallin. Und ich glaube, wir sind aber das einzige Land, bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube es, was alle drei Würzgesteine in Betracht zieht. Also die anderen Länder hatten sich dann immer frühzeitiger, die Schweizer, da weiß man es ja ganz gut, die hatten ja zwei, nur zwei Würzgesteine in Betracht, Kristallin und Tungestein, weil sie kein Salz haben oder nicht ausreichend. Und was ich noch persönlich ganz spannend finde, dass natürlich die gesellschaftliche Situation und das gesellschaftliche Interesse an dem Thema von Land zu Land unterschiedlich ist. Insofern gibt es auch Länder, wo es nicht diese kritische Begleitung gibt, die wir hier in Deutschland haben. Und ja, einige Länder sind auch ein bisschen schneller als wir, die sind weiter im Verfahren, die haben schon früher angefangen mit einer neuen Suche und insofern gibt es auch Erfahrungen im näheren Ausland, zum Beispiel in der Schweiz, wo wir vielleicht von lernen können, auch wenn die Schweiz natürlich ein ganz anderes politisches System hat im Detail, als wir das hier haben. So viel vielleicht zu der Lage in anderen Ländern. So, ich orientiere mich hier noch einmal. Wir haben noch eine Frage zum geringen Rückhaltevermögen von Radionukliden. Was heißt das bei Steinsalz? Ja, Radionuklide, die haften besonders gerne an organischem Material, wie es jetzt zum Beispiel bei Tongestein ist. Das ist richtig. Genau. Und bei Steinsalz ist einfach recht wenig von diesem Material. Und deswegen werden die natürlich geringer zurückgehalten als jetzt zum Beispiel weiter tun. Also es ist auch der Fokus jetzt, das ist auch immer wieder gedanklich nicht ganz trivial, dass wir vom Gesetz ja den Fokus haben auf den einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Das heißt, wir bewerten mit vielen Dingen den Bereich im Gebirge, den wir entsprechend auch erst im Nachgang des Verfahrens präziser ausweisen können, der dann eben dieser einschlusswirksame Gebirgsbereich ist. Also der sicherstellt, dass die Radionuklide sicher eingeschlossen sind und diesen bewerten wir. Aber der ist in diesem Fall eben, der kann nur aus einem dieser Wirtsgesteine bestehen. Also es ist Steinsalz. Also müssen wir bewerten, wie ist das Rückhaltevermögen von Steinsalz? Das ist eigentlich, ja, das ist, ich meine, es ist halt quasi Kochsalz. Ich meine, es hat halt kein Rückhaltevermögen. Das ist, ich weiß nicht, das ist von der Fragestellung her etwas, etwas unglücklich, es ist halt für Tongesteine sehr gut zu beantworten. Tongesteine halt ein gutes, Kristallingestein muss man gucken, das war nicht so gut. Und beim Steinsalz ist die Fragestellung schon etwas, eigentlich ein bisschen schief. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Gesamtsystem, was wir da noch bewerten. Das kommt im nächsten Schritt, wo wir dann die Sicherheitsuntersuchung durchführen, wo wir dann natürlich auch noch schauen, okay, was ist dann jenseits dieses einschlusswirksamen Gebirgsbereichs? Also inwieweit gibt es noch weitere Barrieren im Gebirge und wie sind hier Wechselwirkungen? Also man wird natürlich noch weitere Aspekte bewerten. Die Abwägungskriterien in ihrem Formalismus dienen eben auch primär dazu, zwischen verschiedenen guten Gebieten, mal neutral formuliert, einfach abzuwägen. Welches ist besser? Okay, dazu gibt es direkt eine Nachfrage. Das heißt, dass Steinsalz durchlässiger ist für Radionuklide als andere Würzgesteine? Fragezeichen. Nein, es hat nichts mit der Durchlässigkeit zu tun. Gerade die Durchlässigkeit ist ja, wenn Steinsalz ist, quasi komplett dicht. Also es ist wirklich, es gibt da ein bisschen Forschung dazu, inwieweit es auf manchmal so eine gewisse Undüchtigkeit geben kann. Aber faktisch, das kann man sich in jedem Salzbergwerk anschauen, ist Steinsalz sehr dicht. Also komplett dicht. Und deswegen ist natürlich auch eine Rückhaltung gar nicht möglich, weil da strömt ja gar nichts durch. Wenn aber etwas durchströmen würde, dann würde sich das Salz auflösen. Wasser und Salz. Hat man halt eine Sohle, die sich dann entsprechend bildet. Und also es passt einfach nicht so richtig gut an der Stelle. Aber grundsätzlich ist, ja, aber so, wenn man es insgesamt schematisch bewertet, dann ist eben das Rückhaltevermögen, kann man nicht davon ausgehen, dass es günstig ist im Steinsalz. So, ich muss, glaube ich, leider schon ankündigen, dass wir heute nicht alle Fragen schaffen werden, weil das so viele sind. Wie gesagt, wir beantworten die auf jeden Fall im Nachgang unten im Kommentar. Brauchen aber eventuell ein bisschen Zeit. Eine Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte, weil sie sicherlich ganz viele bewegt ist, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was sind die nächsten Schritte im Verfahren? Wann passiert was? In welchem Zeitrahmen findet eine weitere Eingrenzung der Teilgebiete statt? Und hier steht auch, wann werden die referenzierten Kriterien durch reale Daten des Gebietes ersetzt? Also ganz viele Fragen, aber am Ende ist es alles dieselbe Frage, nämlich wie geht es jetzt in der Zukunft weiter? Darf ich mal mit meiner diplomatischen Antwort anfangen? Erstmal, weil immer die Frage kommt, ja, wie lange dauert jetzt der nächste Schritt? Das wissen wir im Moment noch nicht genau. Der Gesetzgeber wünscht sich, dass wir bis 2031 fertig sind. Wir wollen das auch. Das ist unser Ziel. Und das heißt, dass wir jetzt in der Planung, die Planung derartig durchführen, dass wir das schaffen. Das ist unser Ziel. Wie lange wir dazu dann für den nächsten Schritt brauchen, ist, ja, ist eine laufende Planung unsererseits, die aber im Moment eben noch nicht abgeschlossen sind und die natürlich sich auch immer wieder vielleicht auch ein Stück weit ändern können im Vorgang des Verfahrens. Das sei dahingestellt. Und ansonsten weiß ich nicht, ob der Kollege noch ergänzen will. Es waren ja viele Fragen auch gerade. Wie geht es weiter? Ja, wie du gemeint hast, wir wissen es einfach gerade. Wir sind gerade dabei, das zu erarbeiten, wie es weitergeht. Wir werden natürlich auch weiter Daten sammeln, weiter Daten abfragen. Und ja, wir werden, sobald wir mehr Daten haben, natürlich auch die Referenzdatensätze dann ersetzen durch aktuelle Daten. Genau. Aber wir Daten eben, die wir abfragen, jetzt nicht neu schaffen. Okay. Und ganz abstrakt kann ich vielleicht noch ergänzen. Wir haben jetzt ja 90 Teilgebiete und im nächsten Schritt ist das Ziel, dass wir diese Anzahl drastisch zusammenschrumpfen und dann sogenannte Standortregionen haben. Die würden dann im nächsten Verfahrensschritt übertägig erkundet. Danach wird man die Anzahl der Standortregionen noch mal weiter reduzieren, würde dann Standorte untertägig erkunden und auf der Basis, soll in diesem stufenschrittweisenverfahren dann einen Endlagerstandort vorgeschlagen und am Ende durch den Bundesgesetzgeber beschlossen werden. Nein, nein. Also wichtig ist jetzt aber auch zu sagen an der Stelle, dass also der Vorschlag, den wir erarbeiten, zu den Standortregionen ja auch bereits durch Bundestag und Bundesrat gehen wird. Absolut. Richtig. Stimmt. Das ist auch nochmal wichtig. Nach jedem Verfahrensschritt haben wir immer. Ja. Und wir übermitteln das unserer Rechtsaufsicht und die wird dann entsprechend damit entsprechend umgehen und das natürlich vielfältige Diskussionen dazu führen. Und natürlich müssen wir eine massive Reduktion in der Fläche und auch in der Anzahl durchführen, um entsprechend eine zielgerichtete übertägige Erkundung dann durchführen zu können. Und genau das vielleicht auch nochmal, um zu dem Gebiet zurückzukommen, über das wir jetzt gerade reden, über diesen Seilstock. Genau, den werden wir uns jetzt eben genau angucken. Ich meine, wir hatten verschiedene Themen. Ich denke, das kam auch immer wieder auf. Es ist jetzt nicht so groß mit den neuen Quadratkilometern. Das reicht aber. Also als Endlagerfläche wird in der Begründung zum Gesetz gesagt, okay, drei Quadratkilometer bräuchte man schon in Steinsalz. Damit erfüllt er das Dreifache. Aber es gibt halt viele andere Salzstöcke, die doch etwas größer sind. Und man muss ja eine Sache bedenken, was wir hier bewertet haben, ist die Ausdehnung des Salzstöckes in Gänze. Und jetzt nicht das Steinsalz in dem Salzstock selber, sondern der Salzstock ist ja auch aus einer Vielfalt von Gesteinen ausgebildet. Und diesen internen Aufbau, mit dem haben wir uns bislang noch gar nicht beschäftigt. Also es ist eine Abfolge von tonigen Gesteinen, Gips und verschiedenen Salzgesteinen. Aber das Entscheidende, Würzgestein, was wir brauchen, ist eben der Steinsalz da drin. Das Steinsalz muss entsprechend diese drei Quadratkilometer Fläche abdecken. Und das gilt es zu überprüfen. Wissen wir noch nicht genau, ob das im nächsten Schritt gelingt, aber oder ob man dazu eben die übertägige Erkundung braucht. Und es gilt natürlich auch weiterhin zu überprüfen, inwieweit jetzt zum Beispiel Anlage 11 jetzt eben die Eigenschaften des Deckgebirges tatsächlich so günstig sind. Wir hatten auch den Punkt, wir sagen, das Gebiet muss Mindestanforderungen mindestens 300 Meter tief. Wir haben jetzt in dem allerersten Verfahrenschritt das noch nicht detaillierter überprüft. Also der Gesetzgeber hat uns auch ins Pflichtenheft geschrieben, zu prüfen, reichen die 300 Meter oder sollte das nicht auch besser tiefer sein? Also jetzt nicht der Top des Seilstocks an der Stelle, sondern wirklich die Oberkante des Endlagers. Das ist aber auf jeden Fall auch zu überprüfen. Also generell, wie man das einschätzt über Eiszeiten. Wir gehen ja davon aus, dass ein Vielzahl von Eiszeiten im Nachweiszeitraum in Norddeutschland noch stattfinden werden und entsprechende Gletscherinnen sich eventuell ausbilden. Und das muss alles mit in die Bewertung gezogen werden. Und also auch eine gewisse Robustheit, das ist ein Stichwort aus der Verordnung, der Sicherheitsuntersuchungsverordnung, die jetzt in Kraft getreten ist, für die Arbeiten im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, die jetzt demnächst beginnen. Und dann geht es darum, welche, wie robust sind die jeweiligen Konfigurationen, die wir da betrachten. Und dann werden wir die, die möglichst robust sind, weiter im Verfahren behalten und die anderen dann nicht. Na, das waren doch auf jeden Fall ein paar spannende Einblicke, was jetzt in den nächsten Schritten kommt. Ich kann nur nochmal ergänzen, hatten wir schon eigentlich gesagt, es gibt im gesamten Verfahren diese förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung. Es gibt jetzt die Fachkonferenzteilgebiete. Es wird später Regionalkonferenzen und auch noch andere Formate geben. Und insofern, ja, es gibt die ganze Zeit diese fachliche Schiene, die fachliche Arbeit. Es gibt am Ende jeden Schrittes einmal den Weg über die Rechtsaufsicht und den Gesetzgeber. Und es gibt auch eine durchgehende Beteiligung der Öffentlichkeit. Ich habe hier noch eine Frage, die bringt mich zu meinem Hinweis auf die Hinweisplattform. Es kann ja sein, dass Sie etwas wissen über das Teilgebiet oder die Umgebung des Teilgebietes, was wir noch nicht wissen. Sie wohnen ja vielleicht vor Ort, wir nicht. Deswegen haben wir eine Hinweisplattform eingerichtet. Die finden Sie unter www.bge.de-hinweisplattform. Da finden Sie eine interaktive Karte. Da können Sie reinzoomen, können sich Ihren Ort suchen, können reinzoomen, können uns einen Marker an irgendeiner Stelle dieser Karte hinterlassen und können uns dazu dann einen Hinweistext eingeben. Sowohl anonym, wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch Ihren Namen reinschreiben und können uns so Hinweise übermitteln. Und dafür sind wir immer sehr, sehr dankbar. Dazu gibt es jetzt die passende Frage. Der Untergrund rund um Jahrstedt ist an einigen Stellen unruhig. Mehrere Straßen senken sich ab und wenige Jahre nach der Reparatur verwerfen sie sich wieder. Ist das uns bekannt? Kannst du antworten? Mir persönlich ist das jetzt nicht bekannt, aber Ausschlusskriterium, aktive Seismizität oder so, ist in dem Gebiet nicht angewendet worden. Ne, Seismizität, keine Erdbebengefährdungszone, das nicht. Aber es ging auch, glaube ich, hier ein bisschen um Störungen. Aktive Störungszonen würde man jetzt weiter detailliert untersuchen. Ich denke, oberflächennahe Prozesse, wir suchen ja, sagt ihr ja schon, ein robustes Endlager in einigen hundert Metern Tiefe unter der Geländeoberkante. Das sollte natürlich idealerweise keine Wechselwirkung geben. Klar, es gibt manchmal solche Erdfallstrukturen oder Absenkungen. Das muss man alles beobachten, weil tatsächlich am Ende könnte es für die Betriebssicherheit eine Rolle spielen. Also gar nicht für die Sicherheit des Endlagers, aber man muss ja da auch ein Bergwerk entsprechend auffahren. Also es sind sicherlich Aspekte, die man berücksichtigen muss, aber die jetzt in der aktuellen Phase natürlich so jetzt erstmal noch keine Rolle gespielt haben. Beziehungsweise, wir haben ja die Daten abgefragt von den Landesämtern. Also es wäre eben dann, also wir haben uns dann ein Stück weit darauf verlassen, dass die uns eben auch sagen, wo sind jetzt die aktiven Störungszonen. Und hier wurde jetzt meiner Kenntnis nach direkt bei dem Seilstock keine Störungen übermittelt. Es gibt ein paar Störungslineamente, da wissen wir nicht genau über das Alter, wie die zu bewerten sind. Aber das sind alles Dinge, die schauen wir uns jetzt dann demnächst dann einfach noch genauer an, um eine konkretere Bewertung durchzuführen. Also ein Fall für die Hinweisplattform. Geben Sie das gerne ein. Immer gerne. Sie kennen sich in der Region Ayo aus. Sie wissen, wo es dazu gekommen ist. Ja, melden Sie uns das gerne über die Hinweisplattform. Das wird uns sehr freuen. Wir sind damit zeitlich leider schon am Ende der Online-Sprechstunde angelangt, trotz des großen Interesses. Ich sehe hier noch eine ganze Menge an Fragen, die wir nicht geschafft haben zu beantworten. Wie gesagt, wir sagen zu, dass wir das im Nachgang tun. Das kann ein paar Tage dauern, manchmal auch ein bisschen länger. Ich habe im Vorfeld auch eine E-Mail bekommen. Da wurde darum gebeten, dass wir das innerhalb von drei Wochen schaffen. Wir bemühen uns sehr. Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch alle Anfragenden fair zu behandeln. Wir haben noch über 400 Anfragen auch aus der Auftaktveranstaltung der Fachkonferenz Teilgebiete, die wir gerade abarbeiten. Und ja, zum Teil sind bei den Fragen ja auch Fragen dabei, die man nicht so einfach ganz schnell beantworten kann, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, recherchieren muss, damit es am Ende auch sauber ist und stimmt. Insofern, ja, haben wir da so ein bisschen das Motto Gründlichkeit vor Geschwindigkeit und Bitten um Verständnis, wenn es ein bisschen länger dauert, als Sie sich das wünschen. Aber dafür kriegen Sie dann hoffentlich auch eine gute Antwort, die Ihnen weiterhilft und die fachlich valide ist. Soviel vielleicht für den Moment. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch abschließende Worte? Darf ich die eine Frage noch unbedingt beantworten zu dem pH-Wert? Bei sauren, säure, saure Wässer sind ja Schwermetalle, Radionuklide und die sind besser löslich in sauren Wässern. Deswegen suchen wir Wässer, die nicht so sauer sind. Das gefällt mir gut. Das war auf jeden Fall eine kurze Antwort. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und ja, danke für das Interesse. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen Abend. Tschüss. 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 Tschüss.